Wir sind wieder zurück bei FIFA 15 Ultimate Team und wir geben heute dem englischen Team noch eine letzte Chance. Und wenn es heute wieder nicht klappt mit einem Sieg, dann, ja, tut mir das natürlich sehr leid, aber dann war's das mit diesem Team. Jetzt können wir noch nicht mal mit Sturridge spielen, das ist ja brillant. Vielleicht probieren wir es einfach mal mit Boni. Vielleicht kriegen wir da irgendwelche Boni. Ich glaube, den habe ich schon mal gebracht, ne? Kam nicht so gut an. Ach ja, Sturridge ist ja verletzt. Nehmen wir LaLala mal mit. Wie gesagt, wir probieren es jetzt noch einmal. Und wenn das jetzt wieder nicht hinhaut, dann, äh, ganz ehrlich, am Arsch, wenn mich der Dennis hier gerade wieder zuspammt. Keine Ahnung, was der von mir will. So, mit einem Bayern-Logo. Na, ganz toll. Naja, da hat aber Bock. Der mag gegen uns spielen, das freut mich. Naja, wie gesagt, wenn das jetzt wieder nicht klappt mit einem Sieg, es muss jetzt auch ein Sieg werden. Also, wenn dann jetzt nur ein Unentschieden oder sowas ist, genau, dann werden wir nämlich zu dem Team zurückswitchen, was ihr da gerade seht, zum Bundesliga-Team. Und dann werden wir wahrscheinlich aber auch nie wieder wechseln. Das könnte dann auf Dauer ein bisschen langweilig werden, aber... Ja, wir spielen dann weiterhin mit dem deutschen Team bis zum bitteren Ende dieses Let's Plays. Vielleicht machen wir also irgendwann nochmal ein Silber-Team. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Jetzt erst mal dieses Spiel hier. Wie gesagt, ein Sieg muss jetzt her. Wenn das nicht klappt, dann... Weiß ich nicht. Hänge ich mir auf den Eiern auf oder so. Ah. Wäre doch schon mal ein guter Anfang gewesen gerade. Alter Budi, lass dich doch nicht fallen. Jung, was machst du denn da? Kann ja nicht wahr sein. Wenn der mich hört, denkt der bestimmt auch, was hat der denn für Probleme? Drum dranbleiben. Kennt erst. Sieht gut aus bis jetzt. Oh. Ah. So, ein Wurf uns. Und Flanke. Oh. Wenn der reingegangen wäre, dann... Heide Schmitzka. Weißt du, vielleicht ist ja Wilfried Boni der absolute Halsbringer. Weiß man ja nicht. Vielleicht ist das ja der, der... uns aus der Scheiße holt. Bis jetzt hat er auf jeden Fall schon mal mehr Bälle gewonnen, als Sturridge und Costa zusammen. Ja, also von daher. Und wir gewinnen wenigstens auch mal ein paar Zweikämpfe. Das ist ja... Eigentlich die Hauptsache. Boah, Müller ist schnell. Kompany! Was? Alter Schwede, ich dachte schon, der gibt jetzt Elfmeter. Ja, das war schön. Boah. Das war schön gemacht. Schöne Freistoßvariante auf jeden Fall. So, Boni. Alter Boni. Boni! Komm. Boah. Ai, kata da. Ai, kassimus. Schade. Alter Boni. Hey, mega. Mega. Mega style, oh Alter. Schön. Okay. Drauf geht. Nein, 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 nein. Vorsicht. Be aware of Lewandowski. Das war gut gespielt. Müller. Schön. Boni, oh, Boni. Guck mal, wie der läuft, Alter. Was ist mit ihm? Boni! Nein! 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 Warum Boni? Brauchen wir mal einen Schuss, Boni, wa? Hehehe. Schade. Der spielt doch jetzt bei Chelsea, oder? Oder spielt jetzt bei ManCity oder so? Auf jeden Fall jetzt bei irgendeinem größeren Club. Ist ja, glaube ich, in der Winterpause jetzt hingewechselt. Top. Top. Hudeck. Nein! Druff da, druff da, druff da, druff da. Druff da? Druff da. Weißt du, was ich meine? Hör mal. Oh, schön gespielt von Müller. Auf Lewandowski. Schön. Von Rocho. Ach, ungenauer Pass. Nichts gut. Stark. Von Ramsey. So, Kosta, jetzt gönnen wir mal ein bisschen. Komm. Nein! Warum? Walker. Da steht Company in ihrem Weg. Toll. Ach, Company. Gründ doch mal deine eigene Company. Bruni. Verzweiflung ist das, Freunde. Verzweiflung. Bruni! Bruni! Check it out, Alter. Bruni! Schade. Schade. Hätte mich gefreut, wenn der gute Wilfried an dieser Stelle ein bisschen in der Gäste am Zweikampf gewesen wäre. Jetzt kommt Bruni. Bruni! Alter, Bony. Bony! Ach ja. Ich mag Bony irgendwie. Keine Ahnung. Hörsi, der Name ist cool. Ich mein, hallo, der heißt Wilfried. Ne? Oh, schade Sanchez. Aber unser Einwurf. Bis jetzt, muss ich sagen... Was? Dacht unser. Bis jetzt, muss ich sagen... Gefällt mir das Spiel bis hierhin ganz gut. Es ist mal nicht so demotivierend. Wie sonst immer. Also wie die letzten drei Spiele eigentlich. Wir gewinnen auch mal ein Zweikampf-Duell, ne? Hier wie sowas gerade. Das ist mal ganz angenehm. Außerdem haben wir Bony. Nein! Boah! Alter Schwede. So, Kosta. Kosta kann alles. Oh, fuck. Na? Haben wir noch. Alles gut. Flanke kommt. Ist nicht gut. Weidenfehler ist da. Entschuldigung, die haben da einen Fehler in ihrer Weide. Ach ja, das ist nur der Weidenfehler. Ah! Was denn? Sakrileg. Hä? Ähm. Bony, Alter! Was war das denn? Was war das bitte gerade für eine Freistoßvariante? Ich hab' ich noch nie gesehen. Oh! Ich hab' grad spielen. Na! Böser Fehlpass. Nicht so schön. Das war gut. So, Bony. Ach, kommt nicht hin. Schade. Schade. Stark. Pause. Ja, bis hierhin ein super Spiel, muss ich sagen. Ähm. Bony gefällt mir ziemlich gut. Ähm. Ja, Bony ist bis hierhin ganz nett im Spiel, muss ich sagen. Ähm. Aber ansonsten, wir führen halt nicht, ne? Das ist das Problem. Ansonsten wenig Ballbesitz. So viele Schüsse aufs Tor sind das jetzt auch nicht. Und, ähm, naja. Wollen wir einfach schauen, was in der zweiten Halbzeit noch so geht. Ähm. Ansonsten ist es aber auf jeden Fall schon mal eine Steigerung zu den letzten Spielen. Ich bin gespannt, ob wir in der zweiten Halbzeit vielleicht dann auch mal uns belohnen können. Wäre auf jeden Fall schön, wenn wir mal einen Sieg mit dem englischen Team einfahren würden. Dann könnten wir doch noch ein bisschen weiter mit denen spielen. Aber so gut sieht's bisher noch nicht aus. Aber ich glaub, wenn wir so weitermachen, dann klappt das schon. Schauen wir einfach mal. So, die zweite Halbzeit beginnt. I'm very excited. About that second half. So, Bony. Alter. Weißt du, es ist ein Freistoß gewesen gerade. Ja? Wieso krieg ich den nicht? Er kriegt ihn natürlich, weißt du? Er kriegt ihn natürlich. Und er kriegt auch einen Vorteil bis morgen früh. Schön. Sanchez. So, jetzt geh mal. Komm. Sanchez geht. Sauber. Bony. Und. Sauber. Wer braucht Van Persie? Wer braucht Sturridge? Wer braucht Costa? Wenn man will, wie Boni hat. Wenn man Wilfrieds Boni hat. Quats. Alter. Schön. Nein. Nein. Oh. Da hab ich selbst noch schuld gewesen gerade. Ähm. Wer ist er denn? Traxler. Alter. Nein. Nein. Boah. Oho. Schön. Es ist krass, wie ein einziger Spieler den kompletten Rest der Mannschaft mitreißt. Hashtag Boni. Und so. Nein, nicht nach oben. Boah. Na. Schön. Schön. Weißt du, auch mal so ein Glück haben. Was hab ich vermisst? Alter. Tier. Also, wenn ich mir mal einen Wrestler bei WWE 2K15 create, nenne ich den Wilfried Boni. Das ist ein Monster. Ohne Code. Ah. Boni. Oh. Ah. Schade. Weck mir die Ball bei einer Düschepracht. Natürlich. Boni. Und da ist Kosta. Nein. I can't believe it. I can't believe it. Scheiße. Abseits stellen. Sehr gut. Und dann klasse. Kretsche. Super. Boah. Sanchez. Also, ich bleib dabei. Costa ist... Ich hab mich ja dafür entschieden, noch eine Chance zu geben. Aber das, was er bis hierhin zeigt, ist ein Witz. Ach, Ramsey. Nicht so... Bam. Ein bisschen drüber nachdenken, was du tust, Junge. Schön. Schön. Schürrle. Und jetzt geht Boni. Nee, kriegt die aber nicht. Ein paar Zeit mehr durch die Mitte kommen müssen. Mehr ins Loch. Boni. Durch die Winter ist Kopfballduell. Es ist Wilfried Boni. Ach, herrlich. Endlich mal wieder lachen. Freut mich. Ja, Tobi. Wenn du gewinnst, hast du natürlich immer was zu lachen, ne? Klar. Soll ich lachen, wenn ich gewinne oder wenn ich verliere oder was? Was ist los mit euch? Was für eine Heuchler-Generation lebt ihr denn? Rooney. Oh. Na, Kosta? Das ist so... Hüah! Oh, oh. Hüah! Wichter mit. Ja, Boni. Natürlich. Aber leider im Abseits. Wobei, das war ja wahrscheinlich kein Abseits. Der Schiedsrichter hat sich nur verguckt. Wilfried Boni steht nicht im Abseits. Das geht gar nicht. Das steht bei dem gar nicht in der Possibility drin. Abseits. Das gibt's gar nicht. Im Land, in dem Wilfried Boni wohnt. Hüah! Wilfried Boni spielt auch keine Fehlpässe. Er lässt den Gegner nur mitspielen. Ah. Schön. Nicht schön. Nicht so einfach. Haben wir. So. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Boni! Alter, wie overpowered. Alter, wie overpowered. Ach, geil. Wie overpowered, Alter. Ist das krass. Also. Nicht, dass ich mich beschwere oder so. Aber. Ist schon ein bisschen overpowered. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Stark. Aber ich freue mich drüber. Hey. Warum sollte ich mich da über... Ich hab doch den Ball gespielt. Mutti. Mutti. Ach komm, das ist lächerlich. Noch mehr Ball kann man gar nicht spielen. So, Gündogan mit dem Freistoß. Gelb für Philippe Lewis. Das als kleine Randnotiz. Springen. Tor. Boah. Der war super. Richtig schön getretener Freistoß. Sehr geil. Huch. So, Sanchez. Geht nochmal durch hier, komm. Nein. Haben wir. Rooney, steh auf. Ähm. Ja, pass mal auf. Mein Name ist Wayne Rooney. Und da, wo ich den Ball hintrete, kommt sonst keiner hin. Oder was? Hör mal. Was ist das denn? Alter. Ich mein. Bringt Zeit, ne? Boah. Boah. Sanchez. Außenröst. Aber ich freue, wenn das gleich vorbei ist. Ne? Das ruckelt gerade. Ist nicht mehr schön. Pfeil ab, komm. Finish the game. Ich hau den aber weg. Komm. Boah, Gott sei Dank. Alter, dieses Geruckel gerade. Ich muss mich gerade so konzentrieren. Ab nochmal. Naja, wir haben gewonnen. Wilfried Boni. Ja, mega. Mega, mega geil. Wir haben gewonnen. Durch den Doppelpack von Wilfried Boni, alter. Ist der Wahnsinn. Ist der absolute Wahnsinn. Naja, ich freue mich drüber. Über die ersten drei Punkte wurde aber mal Zeit nach vier Spielen. Kann man ruhig mal gewinnen. Und ich hoffe, dass das der Start einer langen, langen Siegesserie ist. Denn das müssen wir, sonst steigen wir ab aus Liga 5. Und das wäre extremst ärgerlich und extremst, extremst scheiße. Ich bringe es einfach mal auf den Punkt. Naja, wir hören und sehen uns dann wieder am Montag um 18 Uhr. Heute Abend um 18 Uhr folgt noch Karriere. Genauso wie Samstag und Sonntag jeweils um 18 Uhr. Und dann, wie gesagt, am Montag um 18 Uhr geht es dann weiter. Sofern Unity Media mich nicht komplett vom Netz getrennt hat, da wird am Freitag oder heute eine Umstellung gemacht. Naja, drückt mir mal die Daumen. Ich hoffe, da geht alles glatt. Wenn ja, wir hören und sehen uns am Montag um 18 Uhr. Hier bei FIFA 15 Ultimate Team. Bis dahin. Bis dahin.